Ja hallo, ich spiele heute für euch Knock Knock. Das ist nicht wirklich ein Spiel, wie auch im Intro kurz von Entwicklern gesagt wird, sondern eher eine Art Meditation über die Dunkelheit und Albträume und keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, was man sich erwartet. Man läuft durch ein Haus in der Nacht und muss irgendwie dafür sorgen, dass keine dunklen, bösen Wesenheiten sich Einlass verschaffen. Aber wie das genau passiert und was das Ziel ist, entwickelt sich wohl erst beim Spielen. Jetzt schauen wir halt mal, was da passiert. Könnte ich auch sein. Ich muss jede Nacht in der Szene rauskommen. Und zumindest als Kind fand ich die Dunkelheit auch ziemlich gut. So, könnte mir vielleicht jemand sagen, wie man das steuert. Okay, das ist schon mal klar. Man kann hier auch nicht den Pfeiltesten steuern. Ich weiß nicht, dass ich den Pfeil coverage gibt. Ich muss den Pfeil auf Ordnung. Das ist ein bisschen wie ein Simbi, wie er geht. Ich hab jetzt nicht gesehen. Ich kann hier auch nicht vorkommen. Ich werde noch einen Laufsack. Ich werde noch einen Laufsack. Holt A. Schon was? Oh, okay. Okay, damit kann man auch lenken. Warum soll ich jetzt A holen? Ja, ich glaube, das ist die Türe. So. Okay, man kann die Sachen an- und ausschreiben. Rauskomme ich allerdings nicht. Ich möchte nicht A holen. Das kann ich nicht. Was ist denn das? Und jetzt? Ah! Licht! Okay, ist nicht schlecht. Die Steuerung ist relativ intuitiv. Ja, wie ist das? Wow! Cool! Creepy! Guck mich, wo ist das jetzt? Hallo? Oh! Was ist das? Ah! Wenn ich solche Dinge finde, wird es eher wieder morgen, nehme ich meine. Sonst ist ja... Okay, wir bewegen uns noch die Wohlform jetzt, weil die Zeit, dass wir in den Rutschlägen spät verstanden ist. Ein interessantes Konzept. So, noch irgendwas hier? Oh! Nein! Das kann nicht gut sein. Warum ist die Scheiß-Tür zu? Ja, auf! Entschuldigung! Jetzt sind die Kinder, wo ist das? Das sind die Kinder und die Kinder oder die Kinder und die Kinder. Lachen, sie haben die Kinder. Wenn sie nicht hat,zyka, Türo, Lachen, sie haben die Kinder. Sie haben die Kinder. Sie haben die Kinder, die Kinder und die Kinder. Sie haben die Kinder, dass sie immer genehmigt sind. Also gehen wir mal raus. Und okay. Also es baut sich wohl so ein bisschen wie ein Horrorfilm auf. Irgendwann passiert wohl was. Up or down. Oh! Und jetzt? Oh, come on. Das ist ja wie ein Labyrinth. Aha. Und wohin führt das? Ist das Geschreibe-Hintergrund oder bin ich mittelschmein? Schatzenbäume! Das ist aber ziemlich aus... Ausdauernde Kerze. Hallo? Hi! Gib, 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 gib! Das ist doch nur, damit man sich irgendwann wieder total scheiße erschreckt, in dem und wo dann irgendwas passiert. Ja. Okay. Oh! Und jetzt? Okay, es wirkt so ein bisschen wie eine Karte, wie eine World Map, wo es vorwärts geht. Also dann bin ich jetzt in einem anderen Haus, wie es aussieht. Ja, das kannst du jetzt mal kommentieren. Wie ist es so großartig? Wie ist das Geld? Wie ist das Geld? Was das Fein im Ausdauer? Wie ist das Geld? Wie ist das Geld? So. So. Ich bin jetzt noch ein Geld. du komisch Was ist in NACHTBLIND! Kannst du das nicht mal machen, bitte? Ficket! Hier geht's auch nicht weiter... Knarrt! Wie... ähm... TÜHÜHÜHÜH Okay, ja, man kann das Haus offensichtlich davor schützen, dass die Monster an die Dunklen reinkommen, in denen man das Licht anschaltet. Yeah, scientifically cool. Science Bitch! Nichts funktioniert hier. Was noch speziell ist. Ahhhh! Interessant, was können wir hier mitmachen? Nee, 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 lass an! Hm? Nein, nicht immer alles ausmachen! Hallo? Hallo? Ach, der kann mal... Ha ha ha! Ha 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 ha! Monster! Monster! Monster... Monster... Ha! Nein! Yes! Excellent! Schreiberger... Affair Sp encanturik Gitarra... Kannst Du trotzdem zum Scheiß nicht einmal... Schreiberger... Schreiberger... Fräufiger Spbal foods... "... einen Lern... Scheiß ein wenig verloren... ... eine genden Lern... Schreiberger... Was ist dein Name? Was ist dein Name? Na, ich weiß nicht. Kann sich auch Tag nennen. Kabo, I see you. Mein kleiner Film. Eui. Du bist nicht alleine. Ja, das hab ich schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob der Geochenee ist. Auf der anderen Seite entzieht sich die Geochenee. Was genau ist jetzt passiert? Nichts. So, und jetzt? So, und jetzt? So, und jetzt? Okay, und jetzt? Ja, wir wollen das doch mal machen. Aber nicht mit der Zeit, Junge. So, und jetzt? So, und jetzt? So, und jetzt? Und jetzt? Okay. Ok. Wenn ich entdeckt werde, geht die Uhrzeit kurz, oder was? Fuck, ey. Ah! Okay, jetzt dauert es irgendwie länger. Ja, aber nach welchem Prinzip weiß ich denn, ob ich jetzt irgendwas mich trauen darf oder mich nicht trauen darf, oder keine Ahnung was. Ah! Ich komme drauf. Ach! Ach so. Ach so. Können Sie hier stecken? Nein. Will ich da runter? Nein. Gehe ich da runter? Ja! Ja! Ich weiß auch, ob ich hier einfach in einem Wort bleibt nichts mehr. Ja! Fuck you! Ich kriege so. Ja, ich kriege so. Ach so. Ich kriege so. Ja! Ja, ich kriege so. Ein sorgeres. Oh, come on! Das Game is fucking with me! Das müsste echt Balltag werden, oder bin ich denn das ein? Okay, hier ist nichts weiter. Mach die andere auf! Ah! Jesus Christ! Was heißt denn das? Heißt das, ich muss da jetzt hoch und irgendwas machen, oder? Ah, Stress! Oh! Typ, 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 typ! Na, 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 na! Heißt das, irgendjemand ist ein gängiger Tür? Ja, cool! Also, wir haben es fast geschafft! Mach doch mal die Tür! Geht nicht! Die Tür in der Tür für dich! Die Tür ist nicht weg! Ich sehe Sie, typ, typ... Nein, du bist Tu leise! No, du bist dafür so... Es geht nicht zurück! Jesus Christ... ... ... Okay, man wird offensichtlich ein bissel angeleitet hier. Okay, das ist sehr kompliziert. So, das guck ich mir jetzt erst noch an, dann hab ich das mal aufgereiht. Okay, Uhren sind gut, damit festgestellt. Oh, das ist am nächsten Mal, der ist wohl wohl eh. Das hab ich noch nicht so ganz gerafft, was man hier machen soll. Da muss ich wirklich ums Haus herum. Das ist halt sinnvoll. Ne, ich bin ja links raus. Das sieht mir so ein bisschen aus, als wenn da Augen in den Bäumen hängen. Ach crap, da steht jemand. Oh come on! Wuselig! Ach, 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 ach! Soll ich da mal ums Haus rum sein, oder? Oh, das verbringt schon ein bisschen die Zeit in dem Spiel hier, ohne dass irgendwie großartig was passiert. Guck mal den Geräusch gelösen. Hallo? Komm und play with us, forever and ever and ever. Guck, 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 guck. Okay, dann versteh ich schon, warum ich nicht alle das Spiel so wahnsinnig geil fand. Man muss relativ lange hier rumrennen, ohne dass viel passiert. Also die ganze Zeit durchgekruselt bin ich auch nicht. Vielleicht wärs besser, wenn das Nachtspiel. Das können wir nachher nochmal probieren. Oh, come on! Wo ist denn hin? Jetzt hängt auch noch hin. Ha! Guck mal da! Na, wenigstens was. Den Sinn hab ich jetzt auch noch nicht so ganz gehört, was das soll. Okay, find the cracks, close the gaps, und the darkness stays outside. Alright. Can we listen wotchen? Come on. Fuckin' hell, ey! Jedes kacke Geräusch. Nimm mal hin. Ach, Fußtaps mit dem Boden um das Land war nicht viel. Ich hoffe, man kann das später bei YouTube überhaupt lesen. Was der ständig erzählt, dass er das vielleicht doch vorlesen soll. Aber er labert eigentlich, er erzählt nur um die Zeug über Dunkelheit und Licht und die Gruselsachen der Dunkelheit und Schatten und Albträume und seine sinkende geistige Gesundheit. Naja, immer muss man sich irgendwo irgendwo verstecken. So viel war ich noch nicht, vor dem man sich verstecken musste. Ja, ich hab nie einen Ruhrnamen. Aber wie macht man hier irgendwas hin? Ich dachte, das Licht sorgt dafür, dass irgendwie Sachen wiederkommen. Oh, nee, nee, nee. Lebe, lebe, lebe. Lebe, 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 lebe. Ja, 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 ja. Ja, das ist das. Fuck, don't worry. Kann ich irgendwie hinkucken oder? Woah! Ich frage mich immer, ob das heißt, geh da mal wieder hin, oder geh da mal lieber gar nicht hin. Fuck you! Ich habe vergessen, man muss irgendwie die Knopf drücken, und dann kann man sich... Ah! 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 Fucking hell! Ah! Kinder! The fuck, ey? You trapped yourself? Can you hear me coming? Hey, come on. Ah! Ah! Das ist ein Druckerball, ey. Hey, for crying, oder? Wenn du über das gedacht hast, kam es in. Oh, die Kacktür auf! Mehr Licht! Letzte Worte Gutes! Das habe ich ane reden. Fucking hell! No, no, no! Fuck you... Ja, dann habe ich mir das falsch gemacht. Für den ersten Durchgang ist mir das einfach mal genug. Yeah, and not just over your grave. Something walked you into the grave, basically. Ja, nächste Runde, aber nicht jetzt.